Hi Reza! Hallo! Guten Tag miteinander! Mit 3 on Tour! Wo sind wir heute? Ein Party-Spielplatz. Wir haben uns überlegt, wir probieren jede Woche einen Spielplatz aus. Wir gehen jede Woche auf einen Bauernhof oder noch etwas pflücken. Was machen wir noch? Wir gehen nicht mehr in den Wald. Im Wald sind wir gegangen. Im Waldhaus sind wir gewesen. Da wollten wir auch gerne mal grillieren. Dir hat es gefallen dort? Die Kinder werden wunderbar ruhig und können sich sehr gut beschäftigen. Heute auch. Jetzt schauen wir mal, wie dieser Spielplatz ist. Wir möchten gerne hier zu Mittag essen. Es ist wunderbar hier. Super. Wir werden noch berichten, was wir alles so machen können, sehen können, spielen können, klettern können. Und wir müssen wieder aufpassen, nicht, dass wir oben runter pratschen. Also, viel Spass beim Schauen. Bis nachher! Bis zum nächsten Mal. 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 Ich habe den Ort gespürt. Jetzt brachten wir den ganzen Tag hinter uns. Wir waren den ganzen Tag hier. Wir sind's gegessen. Wir haben's Mittag gegessen, feier gegessen und gespielt. Was hast du gespielt? Fußball. Und jetzt mit Taschen. Bist du hier rum geklettert. Gefangenen habt ihr noch gemacht, oder? Ja. Hat euch Spass gemacht? Ja. Was habt ihr hier nicht so gut gefunden? Alles ist gut. Alles ist gut. Und Marina, wie geht es dir so? Sehr gut. Mir hat es auch Spass gemacht. Hat für alle etwas dabei, oder? Ja. Das stimmt. Hast du noch etwas sagen, Marina? Nein, ist gut. Dann sind wir langsam auf den Heimweg gegangen. Morgen haben wir auch noch etwas Besonderes. Und nächste Woche sind wir wieder auf einem anderen Spielplatz. Gerade auf eine andere Führung. Und auf eine andere Führung. Genau. Also, tschau zusammen! Bis bald! ... ... ...